Bei meinem ersten Bettcamp war der Markus damals auch hier in den Talkshows und sowas. Okay Leute, das war unser Beindrehen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, abonniert natürlich meinen Kanal, schreibt gerne einen Kommentar. Markus' Instagram-Kanal ist hier verlinkt, das könnt ihr auch gerne mal drauf schauen. Könnt Markus mal einen Daumen hoch schicken. Ja, ganz viele Daumen. Oder gut, besser oben, der hat sich nämlich leicht gezerrt. Also in diesem Sinne, Videos nicht der Ende. Jetzt gibt es gleich Postworkout carbs. Bis gleich. Das wird ein Massaker. Jawohl.